Patrick, sind die Pakete schon gekommen? Hier diese Rokus. Ja, hätte gereicht. Hallo und herzlich willkommen bei Turn On. Mein Name ist Jens und das ist die neue Roku-Familie. Habt ihr auch noch nichts von gehört? Tja, das liegt daran, dass die bisher nur in den USA Marktführer waren und dort auch, also wirklich Marktführer, die waren vor Amazon, Google und wie sie nicht alle heißen, vor den ganzen Smart-TV-Herstellern waren die ganz, ganz weit oben. Jeder kennt Roku. Weltweit haben sie aber nur so einen Marktanteil von 6,4% erreicht. Das wollen sie ändern. Darum jetzt die große Offensive auch auf den europäischen Markt. Man hat von Roku aber schon mal was gehört, beziehungsweise gesehen oder irgendwie mal Kontakt damit gehabt. Wie, fragt ihr euch jetzt? Die haben Hardware unter anderem für Sky-Tickets gebracht. Von Sky-Ticket diese HDMI-Player oder Sticks, die man hinten in den Fernseher reinstecken kann und dann konnte man darüber Sky-Tickets, Sky-Go oder wie es alles heißt, konnte man schauen. Die hatten auch so eine Fernbedienung und darüber hat alles wunderbar funktioniert. Kleiner Spoiler, da hat sich nicht viel getan. Die haben nur das, was sie bisher schon gebaut haben, so stark auf ihre Eigenmarke umgebrandet, dass man sieht, dass das auch von Roku ist. Aber wie will man das schaffen? So eine Konkurrenz wie Google oder Amazon sind wirklich stark und auch Apple ist mit dem Apple-TV wirklich gut und trotzdem wollen die Däner richtig viel Marktanteil wegnehmen. Wie? Eigentlich ist das ganz einfach, nämlich indem man einfach ist. Das klingt ein bisschen weird, aber ich zeige euch das am besten mal direkt am Fernseher. Wir haben jetzt hier mal den Roku reingesteckt und so sieht das auch schon aus. Das heißt, bis auf, melde dich an und erstelle einen Account, damit wir dich zuordnen können und du kannst hier noch deine Zahlungsdaten einstellen, damit du über uns Sachen kaufen kannst, passiert da nicht mehr. So sieht alles aus. Ihr könnt dann am Ende auch noch alles direkt mit dem Smartphone verbinden und dann hier die App drauf spielen und dann über die App auch eine Fernbedienung nutzen, aber das sind alles Spielereien. Die müssen nicht sein. De facto passiert Folgendes. Das Ding startet, ihr habt unterschiedlichste Anbieter von vornherein mit drin. Also Netflix, ZDF, Apple TV, Prime, Ticket for Skies, auch Disney Plus, alles von vornherein mit dabei. Und auch alles, was wir von Free TV kennen, ProSieben und ich glaube RTL Now oder sowas, war auch alles mit dabei. Von vornherein. Ja, das unterstützen die jetzt schon. Und jedes Mal, wenn ihr von der Startseite rüber auf die Apps geht, achtet mal auf die rechte Seite auf dem Bild. Da gibt es immer irgendwas Neues. Irgendwas wird euch da immer wieder vorgestellt. Das wäre jetzt gerade ein Paradebeispiel, das zweimal Luca angezeigt wird. Übrigens, guter Film, solltet ihr gucken. Hier wieder Loki. Undertaker, The Last Ride. Ich kann das jetzt das ganze Video so weitermachen. Ihr seht immer irgendwas anderes, irgendwas Neues. Ist mir jetzt aber auch egal. Ihr seht das Prinzip. Ihr werdet hier nicht mit Informationen zugeballert, sondern euch wird nur einmal was vorgeschlagen. Und ihr könnt auch selber entscheiden, ob eure Informationen, eure Daten aufgenommen und verarbeitet werden sollen oder eben nicht. Werden sie aufgenommen und verarbeitet, werden euch passende Inhalte angezeigt. Wenn nicht, wird euch irgendwas Wahlloses angezeigt. Super praktisch ist es auch, dass ihr vor allem sagen könnt, Ey, ich habe jetzt hier alles drauf. Das ist eine Oberfläche. Wo gibt es denn gerade Interstellar? Ah, da gibt es ihn. Genau, das ist der Interstellar, den ich gesucht habe. Den kann ich gucken aktuell bei Netflix oder bei Apple TV. Habe ich Netflix, kann ich einfach draufdrücken und es direkt bei Netflix schauen. Wenn ich es mir kaufen oder mieten möchte, wird mir angezeigt, wo ich das tun kann. Und all diese Kleinigkeiten, nämlich dass du alles nutzen kannst, dass du den Zugang auf alles hast und dass du alles sofort anklicken und starten kannst und nutzen kannst. Das ist schon ziemlich krass. Außerdem, je nachdem, was für ein Produkt ihr kauft, habt ihr HDR und 4K und 60 FPS, alles mit drin. Und dann, wie machen es denn die anderen? Wenn ich jetzt den Fire TV Stick nehme, der mich 50, 30, 40 Euro kostet, dann werde ich da mit meinem Amazon Account eingeloggt und dann wird mir ganz, ganz viel angezeigt von dem, was man da alles kaufen kann. Und wenn ich nach Inhalten suche, wird mir meist erst das angezeigt, was ich kaufen soll oder kaufen könnte. Und dann wird irgendwo teilweise mit einer Banderole oder mit einem kleinen Bildchen oder sonst irgendwas angezeigt. Übrigens, das ist im Prime drin, das kannst du auch nebenbei schauen. Ja, das ist zwar ganz nett, aber ich möchte im besten Fall einfach das sehen, was gerade kostenlos verfügbar ist. Oder wissen, wo ich das finde. Und hier wird dir bei Roku immer das angezeigt, was in deinen Abonnements inklusive ist. Also erst die kostenlose Variante und erst dann wirst du auf die kostenpflichtigen hingewiesen oder aufgezeigt. Ich weiß nicht, was kann man... Der Leuchtturm. Wollt ihr schon immer mal gucken? Hab ich immer noch nicht gemacht. Mal gucken, wo es den gerade gibt. So, dann sucht ihr das hier raus. Das ist das, ich glaube, das ist der Leuchtturm. Ja, der war in Schwarz-Weiß. Ja, von 2019. Kann man nirgendwo aktuell streamen, kann ich höchstens bei Apple TV für 5 Euro mieten. Sollte ich wahrscheinlich tun. Guter Film. Okay. Aber all das müsste ich normalerweise jetzt auch immer direkt am Handy machen, suchen, wo kann ich das tun. Das fällt alles weg. Und im Gegensatz zur Konkurrenz wird dir wirklich einfach nur das geboten, was du willst. Nämlich der ganze Abonnement-Quatsch wird so weit es geht gebündelt und ihr könnt alles ganz entspannt schauen. Das ist der Roku Express. Kostenpunkt, was meint ihr? Inklusive Fernbedienung, Roku. Netzteil, Kabel und ganz wichtig, wie ich finde, HDMI-Kabel. Bei dem ihr auch nicht elendig lang irgendwie Kabel hinter dem Fernseher verstecken müsst, sondern das ist überschaubar lang. All das für 30 Euro. Kann zwar kein 4K, aber wir haben auch nicht alle schon heute 4K-Fernseher. Das heißt, wenn ihr mit einem Full-HD-Fernseher durch die Gegend rennt, dann reicht das Ding für 30 Euro vollkommen aus. Finde ich vollkommen fein. Das Upgrade mit HDR und 4K habt ihr hier für 40 Euro. Nicht viel mehr. Finde ich auch überragend gut, muss ich sagen, der Preis. Und dann haben wir noch für, ich glaube um den dicken Daumen, 150 Euro hier die Soundbar mit Roku integriert. Da habt ihr auch 4K, HDR, bla bla bla, das ganze Gedöns, was man dazu kennt. 60 Bilder konnten wir noch einstellen. Wir haben hier gerade mal nebenbei so ein bisschen rumprobiert. Sound klingt gut. Gut. Dafür, dass das so eine Soundbar ist, klingt sie ausreichend gut. Natürlich fehlt da von der Physik her der Bass. Wir konnten einen Bassverstärker einstellen. Es klang da ein bisschen voller, aber fürs Musikhören fand ich das jetzt nicht so pralle. Also das ist okay. Es reicht aus, um besser zu klingen als ein Fernseher. Aber als Soundbar-Alternative, wenn man so auf den Markt guckt, was es so gibt, würde ich da schon was anderes wählen. Generell ein bisschen was größer ist und was viel mehr Bums dann hat oder mit einer separaten Bassbox daherkommt. Was auch noch erwähnenswert ist, die unterstützen alle Airplay. Das heißt, ich konnte jetzt hier ganz entspannt Pokémon Unite anmachen, konnte das auf dem Bildschirm streamen und meine Kollegen konnten dir dabei zuschauen, wie ich haushoch vergewinne. Ja, so nämlich. Eine Kleinigkeit sollten wir noch erwähnen. Und zwar gibt es diese smarte Steuerung, wie wir sie hier gezeigt haben, an dieser Fernbedienung, nur bei der großen Soundbar. Normalerweise bei den beiden Sticks habt ihr diese Fernbedienung. Die ist nicht smart und ihr habt auch keine Lautstärkeregelung an der Seite dran. Ja, das smarte Zeug, was ihr dann einsprechen könnt, habt ihr dann nur über die App. Aber das funktioniert wunderbar, weil man die auch meistens eh in der Hand hat, um Sachen einzutippen, Texte zu schreiben und so weiter und so fort. Mit der App gibt es noch mehr Möglichkeiten. Das ist wirklich schön. Ich finde, das ist genau das, was wir gerade brauchen. Jemand, der auf dem Markt so ein bisschen aufräumt, der so ein bisschen mal was Neues und anders macht. Wenn ich mir einen Chromecast kaufe, habe ich keine Fernbedienung drin, habe ich keine Oberfläche. Da habe ich nur Chromecast und muss mir beim Smartphone arbeiten. Das ist zwar gut und eine ganz, ganz tolle Herangehensweise, aber nicht für jeden was. Wenn ich einen Fire TV Stick nehme, dann bin ich komplett in diesem Amazon-Universum gefangen. Auch gut, wenn man da eh schon drin ist, aber auch nicht für jeden was. Und ein Entweder Shield oder ein Apple TV ist ganz schön teuer, muss auch nicht immer was für jeden sein. Von daher sehe ich hier definitiv eine Marktlücke im Bereich, der qualitativ hochwertig ist, der sich Gedanken dabei macht und auch noch irgendwie dabei mitverdient. Weil sie entweder die Geräte generell gut verkaufen können, weil sie die Lizenzen verkaufen können, weil sie eh auf dem Markt in den USA sind und Erfahrung haben. Man kann über deren System alles verkaufen und mieten, das heißt, die verdienen da auch wieder mit. Also irgendwo an Kleinigkeiten haben sie Vorteile, aber sie drücken einem das nicht so sehr ins Gesicht. Roku, das gefällt mir alles ziemlich gut, was ihr hier präsentiert. Ich hätte das Ding gerne noch in richtig dick und richtig fett und richtig groß, dass wir da auch noch eine Bassbox mit dazu packen. Ansonsten bin ich erstmal zufrieden. Ich bin gespannt, was ihr von den Roku-Geräten haltet, was ihr euch da noch an Optimierung und Co. wünscht. Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich werde mir da in den nächsten Tagen nochmal ein bisschen Zeit für nehmen. So, und jetzt haben wir hier so viele Geräte, dass ich erstmal gucken muss, wo welche Fernbedienungen reinkommen. Das ist die große. Das ist die Größe von Fertigungsgleich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.